Kacke, ich habe Handschuhe, knips mal eben hier den Schalter an bitte. Wir sind wieder mit dabei, der Micha Hoyter, 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 Hoyter. Wir sind wieder mit dabei, wir sind wieder mit dabei. Hier wurde die Schule Milch produziert, ne? Ja, also ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass ich als Grotzigen damals in der Schule immer diese Kakao, normale Milch und Erdmeermilch glaube ich war das. Ich weiß jetzt nicht ob Vanillemilch auch dabei war. Ja, die traf später. Erstmal ist die Kakao und die Milch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Achtung vor Verlassen dieses Baumes. Bis zum nächsten Mal. Ah, da ging einer. Haha, toller Scherz. Wo was denn dieses Raum ist? Bitte hin, den Ort. Fällt die Kraschen. Jo. Und kleine Männer. Ja. 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 Ich hab gestern auf Tele 5 so'n ganz billigen, na ja billig war er nicht, aber so'n, so einen apokalyptischen Zombiefilm gesehen. Das Gelände, wo die waren, war ähnlich wie hier. Hier haben wir so eine Raderampe. Wir kommen da gleich noch mal hin. Und daneben steht noch der typische Feuerwehr, das ist schon direkt hinterher, denn wir gucken weiter, guckst du. Spätestens seit dem China-Restaurant weiß ich doch, dass du aus Toiletten stehst. Okay Leute, ich weiß ganz genau, ihr seid Toilettengeil und deshalb gehen wir da jetzt rein. Jetzt habe ich hier echt einen Scheißhaus aufgenommen. Scheiß, das ist immer gut. Juhu Mann, fließe Scheißhaus. Das ist immer gut. Musik 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 Ja, Moin, Hallöchen, ist hier das Ordnungsa? Ja, hier laufen zwei so Bekloppte und die gucken sich hier so eine alte Milchkörbette an. Können Sie sagen, jetzt mal ein Weißraum? Ja, ja bitte, danke. Da haben wir die Notsprecher gelegt. Brauchst du noch eine Plötzition 2? Plötzition 2? Videokassetten, Videokassetten, Videokassetten. Jo, das war eine Hirne. Korrekt. Die sind doch geschossen. Altes Faxgerät. Wo hast du denn eine Plötzition hier denn? Soll ich sie verpacken oder? Vielleicht ist das 2. Boah, alter fette Monitor. Geht er die noch? Ja, Moniziger. Okay. Gerundel, gerundel, gerundel. Ich schaffe eine Milchkörbette. Ich schaffe eine Milchkörbette. Ich schaffe dann immer Läckerchen, Bierchen, Bratwusten, Brötchen, schön mit Senf und so. Und ein paar Steaks. Da schreit einer, ey. Ich hoffe, der meint nicht ganz. Da will man ein bisschen. Cool. Smoke. More weiter, man. Okay. Okay, cool. Musik 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 So viel Spaß. Hier, da wirst du es davor stellen. Oh, ich bin weit. Nehmen wir dann auch noch mal so eine Freckenausgabe oder was auch immer. Das gute Tiskel am Start. Und da um die Ecke wäre jetzt wahrscheinlich ziemlich gut. Ich würde so gerne das Kutel milch. Oh, klasse. Das Symbol würde ich gerne. Aber ist auch nicht schlimm. Das alte Kutel, aber wo es genau ist, müsste es da selber rausfinden. Ich habe das Schild nämlich auch schon gerade gefilmt. Das ist ein kapitel. 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 Da machen wir so gut. Das ist ein kapitel dassel llamay, das ist ein kapitel. Das ist ein kapitel. Das ist ein kapitel. Das ist ein bisschen vier Etage. Was ist denn hier? Das wird wahrscheinlich alles gleich aussehen. Hallo? Jemand hier? Ja, ich. Ja, ich auch. Jetzt siehst du. Einzelne Gebäude, maximal zwei Tische. Das war das Zimmer hier oder die Toilette hier. Er nimmt das sehr stark an unser letztes Abenteuer. Der ist halt so schön 70er Jahre. Toilettenblau. Toilettenbabyblau. Oh, da hinten liegt noch ein bisschen. Hier leuchten wir jetzt mal nicht. Oh, Micha, heißt das was? Ohne Scheiß, ne? Diese Luftflaces, ne? Hier werden auch ideale Drehorte für sämtliche Horrorfirma. Wir haben doch gesagt, der sei vor sieben füllen. Der war auch so. Oh, schön. Ja, natürlich. Ich hab die Spritze. Oh, nicht im Tritz. Und hier, äh? Okay, hier ist auch eine Person. Jetzt müssen wir auch. Wieso sind wir jetzt hier im nächsten Hausfluss fertig? Ach so, ja, das war die Seitentür. Dann gehen wir doch hier gleich mal hoch. Ich würde da oben wieder sehen. Hier ist schon schön ein bisschen zugemord. Hier ist schon ein bisschen zugemord. Wie ist das denn? Oh, ist das? Oh, ist das? Oh, ist das denn? Oh, das ist ja. Oh, ja, das ist ja. Oh, ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Ekelhaft. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich wollte einen Schulterbückel von dir aufgeben. Hier wieder an der Bar. Hör mal Pella, machst du mir mal zwei? Ja. 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 Das war eigentlich, wo wir noch nicht waren, ist das weisse Wohngebäude da. Ja. Das ist leider zu. Ja. 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 Jungs. Jungs. Mädels. Mädels. Jungs. Jungs. Das war's für heute. Das war's für heute. Beim nächsten Mal. Wieder einschalten. Abonnieren. Kommentieren. Nicht vergessen. Hab ich was vergessen? Abonnieren. Kommentieren. Und auf meinen Kanal gucken. Achso. Auf seinen Kanal gucken. Ja. Richtig. Den verlinke ich euch aber. So. Leute. Wenn ich noch was finde, schalte ich noch mal ein. Ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.